Are we failing? Are we dead? Now it seems to change. Are we failing? Are we dead? Now it seems to change. Are we still the same? Willkommen zurück auf meinem Kanal, und zwar bin ich die fette Kroketter und das Intro ist!" Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin die fette Kroketter und Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute gibt's eine komplette newcomer band und Und zwar geht es hier um Apeva. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Apeva. Ich denke mal nicht, es wird schon irrelisch. Apeva. Ich denke mal, ich sage gerne mal Apeva. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ich habe auch keine Ahnung, was es bedeutet. Und auf jeden Fall hat mich der Sänger angeschrieben, ob ich darauf nicht mal reagieren kann, beziehungsweise unterstützen kann. Och, meine Brille nervt. Und natürlich machen wir das. Und die Band, die kommt aus München und Tschechien. Und die ganze Band gibt es seit jetzt gerade mal erst ein oder zwei Monate. Es sind insgesamt drei Leute, zwei Sänger. Und der dritte hat das Ganze Instrumentale gemacht. Mittlerweile hat er gesagt, er bildet sich um die Band herum eine richtige Band. Mittlerweile bildet sich um die Gruppe eine richtige Band, weil es auch schon scheinbar Live-Anfragen gibt nach Corona. Ja, hoffentlich ist es schnell vorbei. Wir schalten direkt rein. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und ihr wisst, die Richtung ist New Metalcore. Ihr wisst, dass New Metalcore nicht so meine Richtung ist, beziehungsweise Metalcore generell. Aber wir bleiben da unvoreingenommen. Wir werden uns das Ganze ganz entspannt geben. Und ich weiß, nur weil ich es nicht bin, gibt es natürlich viele, viele andere Leute, die Metalcore total lieben, feiern, was auch immer. Und bitte, Leute, hier habt ihr eine neue Band, frisch aus München und Tschechien. Wir gönnen uns die. Und jede Band soll gesät und gehört werden. Also, ab geht's. Okay, der Anfang ist schon mal geil. Das kann man schon mal stehen lassen. Der Anfang ist selbst für mich als nicht New Metal Fan oder Metalcore Fan schon mal geil. Krasse Stimme. Krass. Wenn ich es nicht besser wüsste, ja, würde ich sagen, dass es eine Frau ist. Aber, also finde ich, haut es mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass es eine Frau oder ein Junge ist. Beim ersten Moment, jetzt wisst ihr es ja, weil es ist wirklich ein Kerl. Ja, ist auch nicht negativ gemeint, aber alter Schwede, klingt schon, erinnert mich so ein bisschen an Arch Enemy. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe mich so ein bisschen daran erinnert. Was nicht negativ gemeint ist. Ich weiß nicht, warum, Schöne Ding. Naja, muss ich echt sagen, ich finde ja, wenn so ein Shouter, Screamer, whatever, ich weiß nicht, wie man das im Hintergrund nennt, und dann so ein Cleansänger, ja, ich weiß, das wird auch vollkommen, aber so ein Cleansänger dahin kommt und im Hintergrund wird immer so gemacht, finde ich super geil. Finde ich immer eine richtig geile Mischung. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Top. So was finde ich geil, so was finde ich beim Metalcore oder wo auch immer, so was gibt tierisch geil, dieses sowas finde ich richtig geil, so was macht Bock, da hast du richtig Bock, so mit einzusteigen, auch wenn die Haare nicht lang genug sind und total scheiße aussehen heute. Aber so was lädt richtig ein und wenn so was mitten im Lied ist, so als, quasi als so eine Art Break oder am Anfang eines Songs, finde ich mega geil. Ich hoffe, Jungs, ja, wenn ihr ein Album macht, ihr seid ja mit dabei, habe ich gerade, haben wir ja gerade geschrieben miteinander, geil, ja, freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, da gibt es mehr von solchen Dingen oder einen Song, der so anfängt reinzukloppen. Mega geil. Top. Das ist der Worte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das waren El Paver mit Broken Faces. Viele schöne Momente, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich denke mal für euch draußen, da ja nun auch einige Metacore Fans hier auf diesem Kanal mit sind, ist das bestimmt was. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie hat euch der Song gefallen? Was hat euch besonders daran gefallen? Was hat euch nicht so besonders daran gefallen? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. El Paver sind bereits mit ihrem Album dabei, beziehungsweise schreiben gerade, sind fleißig gerade dabei, ihr Album zu schreiben und zu komponieren. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Der Song auf jeden Fall hatte ordentlich Power. Wie gesagt, auch viele schöne Momente. Dieses Buh, finde ich total geil. Ich hoffe, da kommt noch mehr auf dem Album. Und schreibt mich dann gerne wieder an, wenn ihr wieder was Neues habt. Vielleicht sogar ein Musikvideo, das wir eure Gesichter auch mal sehen können. Würde mich sehr, sehr interessieren, welche Gesichter so dahinter stecken. Wie der Sänger aussieht, weiß ich ja mittlerweile. Dank Instagram. Dort könnt ihr mir übrigens auch immer wieder gerne schreiben. Die Fette Krokette ist natürlich dort auch vertreten. Und da könnt ihr mir, wenn ihr eine Band habt, immer gerne anschreiben. Die ich vielleicht mal, anführungszeichen, promoten soll oder um ein Video zu machen soll. Und keine Sorge, alles kostenfrei. Wenn ihr mir natürlich ein Album oder ein T-Shirt zukommen lassen wollt, immer gerne, sage ich nicht nein. Und ansonsten, wie gesagt, El Paver gerne folgen. Ich verlinke euch gerne mal den YouTube-Kanal in der Videobeschreibung. Ansonsten, lasst gerne noch einen Kommentar zur Band da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne noch ein großes Abo da, einen Daumen nach oben. Und like die Band, würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr sie weiterhin unterstützen würdet. Also, macht's gut, bis dann, ciao.